Musik Wir sollten dafür eintreten, dass Menschen ihre Meinung frei äußern dürfen. Das heißt jedoch nicht, dass man andere beleidigen darf, auch nicht auf Instagram. Musik Wir sollten aktiv gegen Hänze und Spaltung vorgehen, wenn Politiker sagen, dass Menschen entsorgt werden müssen. Musik Wir sollten Zivilcourage haben und Solidarität zeigen, wenn Menschen gemobbt und ausgeschlossen werden. Musik Wir sollten Antisemitismus und Rassismus aktiv bekämpfen. Musik Wir sollten Fakten checken und seriöse Quellen dazu. Wir sollten wissenschaftlichen Erkenntnissen mehr Wert bleiben lassen als Verschwörungstheorien. Musik Wir sollten für Kunst und Literatur einstehen. Und dafür meinten wir nicht nur den Röhren der Hirsch. Musik Wir sollten ganz genau aufpassen, wenn Leute sich einen starken Vorwurf wünschen. Die Demokratie ist manchmal anstrengend und Diskussionen können ermuten. Aber sie sind ganz wichtig. Musik Wir sollen auf die Sprache achten. Durch die Sprache können Menschen ausgeschlossen werden. Und auch eine verrohte Sprache sagt viel über den Aus, der so etwas sagt. Musik Wir sollten genau hinhören, ob Nationalismus und Patriotismus nicht dazu missfraut werden. Und das eigene Volk als bessere Menschen dazustellen. Musik 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 Musik